Markenkleidung Hallo, hast du das neue T-Shirt gesehen, das ich heute trage? Es ist von einer bekannten Marke und ich finde es wirklich cool. Ja, ich habe es bemerkt. Aber ich habe mich nie wirklich für Markenkleidung interessiert. Was ist so toll daran? Nun, Markenkleidung ist oft von besserer Qualität und hält länger. Außerdem sieht sie oft besser aus und hat einen höheren Wiedererkennungswert. Ich verstehe das, aber ich denke, es gibt auch gute Alternativen zu teurer Markenkleidung. Zum Beispiel gibt es viele Kleidungsstücke, die genauso gut aussehen und von guter Qualität sind, aber nicht so teuer sind. Ja, das stimmt. Aber ich denke auch, dass Markenkleidung ein Statussymbol sein kann. Es zeigt, dass man in der Lage ist, sich teure Kleidung zu leisten und manche Menschen fühlen sich damit einfach wohler. Aber was ist mit den Nachteilen? Markenkleidung ist oft viel teurer und es ist nicht unbedingt eine Garantie für Qualität. Es gibt auch viele Fälschungen auf dem Markt und manchmal bezahlt man nur für das Markenlogo, nicht für die Qualität des Kleidungsstücks. Das ist wahr, aber ich denke, es gibt auch einige Marken, die wirklich für Qualität stehen und es lohnt sich, in sie zu investieren. Natürlich muss man immer aufpassen, um keine Fälschungen zu kaufen. Aber ich denke auch, dass man nicht unbedingt auf Markenkleidung angewiesen ist, um gut auszusehen und sich wohlzufühlen. Es kommt immer auf den persönlichen Stil und die individuellen Vorlieben an. Ja, das stimmt. Aber ich denke trotzdem, dass Markenkleidung einen gewissen Reiz hat und viele Menschen sich damit einfach wohlfühlen. Ich verstehe das, aber ich denke, dass es auch andere Faktoren gibt, die beim Kauf von Kleidung berücksichtigt werden sollten, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit der Produktion und die Arbeitsbedingungen der Arbeiter in der Textilindustrie. Das ist wahr, aber ich denke, dass Markenkleidung auch dazu beitragen kann, den Stil und die Persönlichkeit einer Person auszudrücken. Ich denke, dass es wichtig ist, eine ausgewogene Entscheidung zu treffen und sowohl den eigenen Stil als auch die Qualität und Nachhaltigkeit der Kleidung zu berücksichtigen. Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Am Ende sollte jeder für sich entscheiden, was ihm wichtig ist und was ihm am besten passt. Genau, es ist wichtig, eine fundierte Entscheidung zu treffen und nicht nur blind auf Markenkleidung zu setzen. Das Thema der Diskussion war die Verwendung von Markenkleidung. Es wurden verschiedene Meinungen diskutiert, ob Markenkleidung notwendig und wichtig ist oder nicht. Einige Menschen halten Markenkleidung für ein Statussymbol, während andere argumentieren, dass es nicht notwendig ist, teure Markenkleidung zu tragen, um gut auszusehen oder Selbstvertrauen zu haben. Es wurden auch Vor- und Nachteile diskutiert. Vorteile von Markenkleidung sind unter anderem, dass sie von höherer Qualität und langlebiger sein können. Nachteile sind, dass sie teurer sind und oft nur aus Marketinggründen teurer sind. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, eine Balance zwischen der eigenen Persönlichkeit und dem Tragen von Markenkleidung zu finden und sich nicht von Marketing-Taktiken und Trends blenden zu lassen. Insgesamt ist es wichtig, dass jeder seine eigene Entscheidung trifft, ob er Markenkleidung tragen möchte oder nicht. Es ist auch wichtig, die möglichen Vor- und Nachteile abzuwägen und bewusst zu entscheiden, anstatt nur auf den Markenstatus zu achten.